Übernachtet haben wir im Hotel Campanile. Die Zimmer sind recht klein, aber für eine Nacht vollkommen ausreichend. Auch das Badezimmer ist ausreichend mit Dusche. Unsere Bikes vor dem Hotel. Wir waren nicht alleine. Es gab noch mehr Biker, die übernachtet haben. Und wieder mal tanken. Hammerpreis 1,48 Euro in Frankreich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Diesmal war die Straße wirklich gesperrt. Kein Weiterkommen. Zwei Kilometer wieder zurückgegangen. Alle ZDF für funk, 2017 Kaffee-Pause am Nachmittag. Kaffee-Pause am Nachmittag. Mal wieder nach dem Weg suchen. Auf dem Video kann man es so nicht erkennen, aber es ist schon ein Hammeranblick, wenn man in die Kurve kommt und zieht in der Ferne den Mann blau. Mal wieder nach dem Weg suchen. Mal wieder nach dem Weg suchen. Mal wieder nach dem Weg suchen. Keines Ziel erreicht, Ankunft im Westwestern Hotel. Im Gegensatz zu gestern ist unser Zimmer heute sehr geräumig und sogar mit Balkon. Mal wieder nach dem Weg suchen. 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 Untertitelung. BR 2018 Nach dem Essen erstmals Sport ganz wichtig. Falls es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen hoch, ein Like, ein Kommentar oder noch besser ein Abo da.